Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video von WhiteBloxYouTube, zu diesem MadCity Chapter 2 Video Leute. Heute zeige ich euch ein kleines Secret Leute, ein kleiner Twitter-Code, der ein Secret ist Leute. Und ja, dann schauen wir doch mal gleich rein. So Leute, wir wollen einfach mal dem Team Police, Polizei, Police, you know. Nehmen wir einfach die Notfall jetzt. Komm, 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 komm. Okay Leute, und dann kommen wir jetzt zu diesem Secret. Nämlich zu dem Secret hier. Dann kommt zurück Pong. Also, wenn ihr einfach Ping eingeht, hier in den Chat, Ping. Bereits eingelöstet ist. Aber wenn ihr da Ping eingeht, kommt Pong zurück. Ihr könnt ihn nur einmal anlösen, aber bei diesem Secret-Code. Ihr gebt ein... Also, wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr nur einmal anlösen. Also, wenn ihr eingeht Ping, dann kommt da am Ende raus Pong. Und, ja Leute, das war's mit dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen, Leute. Hat mich sehr gefreut, Leute. Dann würde ich sagen, ciao.